Das Projekt behandelt die Perspektiven der Vergangenheit. Geschichten, die einen Charakter zeichnen und ausmachen. Wir spielen nicht nur ein einfaches Schachspiel, sondern zeigen euch das Leben einer Person. Eine Geschichte über Liebe und Freundschaft, aber auch Verlust und Leid. Der Film braucht Requisiten, die genutzt werden, um die Handlungen darzustellen. Die Schauspieler und das Team müssen an das Set gelangen und mit passenden Kostümen ausgestattet werden. Wir danken jedem, der unser Studentenprojekt unterstützen will. Unser Ziel ist es, einen außergewöhnlichen Film zu schaffen.